Diese sozialen Einrichtungen, diese sozialen Zentren der Stadt unterstützen. Zentren, die unsere Stadt mit ungefähr einer halben Million Männer finanziert. Und ich hoffe, dass wir wieder einen Beitrag für diese Kinder leisten können, für die Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Ein herzliches Dankeschön im Vorwachs. Ich danke Ihnen noch einmal. Ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön an die Designerin, Frau Sophia Borisova, die für unser Outfit gesorgt hat.